Musik Okay, hier ist jetzt gerade keiner Gut Drück mal rechtsklick Hast du dann so eine Thermalansicht, wo schwarz-weiß ist, oder? Nein, dann habe ich zu Okay Hätte sein können, dass meins auch auf deins übergreift Wird bestimmt cool Alter, die Sound sind so verkokst laut, ey Okay, jetzt pass auf Neben uns wird jetzt wahrscheinlich ein... Na, okay, doch nicht Warte mal, da ist... Das sind welche Hier ist keiner, oder? Nein Nein, nein, hier ist keiner, gut Was ist da, der Heli? Ähm... So, ich fahre mal zu A hinter Warte mal, da sind zwei Das heißt, wenn wir hier hinfahren, könnten wir sogar noch zwei killen Pass auf, ich fahre jetzt hier auf die Straße Hier sind um die Ecke jetzt welche Da ist ein Panzer Ähm... Ich markiere den jetzt gerade mal Wir sind echt ein bisschen gefährlich jetzt Also aufpassen Ey, sowas hasse ich, wenn die Scheiße da rumhören Wir müssen gerade echt aufpassen Boah, wie ich die hasse, ne? Ja Ich sagte Ah Kannst du reparieren? Nee, ne? Nee Das heißt, der Panzer geht gleich dauernd Ich schieße noch so lange, wie ich kann Okay, aus, raus, raus, weg Ich fahre noch mit draußen Ah, toll Fuck Ich fahre noch mit draußen Scheiß, da sind uns alle Oh, sorry, Leute. Wieso, du habe nicht nicht gemutet? Ja, das wäre... Mein Gott, was soll ich machen? Ich kann mich nicht jedes Mal muten, deswegen. Also könnte ich es schon, aber die Lust ist... Vor allem ist es unnötig. Ich kann nicht weitergehen, oder? Okay. Ah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Was ist das? Oh. Okay, echt. nein Nein, ey. Boah. Hm. Ich würde die ausprobieren. Oh, fuck, ey. Ich bin voll am Gampen hier. Boah, wenn hier eine Granate reinwirfen oder so, gell? Ich bin genau neben dir, du Idiot. Ach so, das bist du. Ja, klar. Wo sind die? Da unten. Scheiße, ah! Ich bin in die Ecke. Moniz liegt jetzt in der Ecke. Pass auf, du stirbst gleich, gell? Ich hab auch noch eine 30. Ui, da sind zwei Panzer. Gut. Wollen, was war das denn? Ah, warte mal. Das Problem ist, ich hab nur C4 hier dabei. Hm. Ah! ship8% überlebt! Schnell weg hier! Du wirst so sterben Haut einmal richtig den Raketenwerfer an oder so Du bist sofort tot Außerdem haben wir ganz viele Sniper da hinten Die schießen genau hier zu dir Ich würde ein bisschen rausgehen Hol mich ab Ich schätze Ich mache jetzt aber einen Selbstmordversuch Gerade wollte ich das Teil zum Fahren benutzen Anda, warte auf mich Ja, ich gehe doch ein bisschen vor Sorry Leute Ja, es tut mir weh Das tut Ja, in der Lunge so Rache und so Ich rauche nicht Das habe ich schon mal gesagt Ah, fuck Oh, da ist ein Gegner Lol Was ist der? Ja, schieß den doch Ich muss den anladen Ja, wie? Ich bin tot Wie kann man so sterben? Ja, ist er tot Hallo, jetzt ist es so auf rumzuzicken Ich muss grad du sagen Kommt man da Kommt man da Ich schütze in Zielen Ja, das habe ich gesehen Auto, Auto, Auto C4 und Panzer in die Luft geladen Platziere C4 Achtung Kannst du mit einsteigen Für den Nahkampf Nein, wir fahren zu einem Ding rein Ich spreng das Teil in die Luft Und dann können wir direkt über den Nahkampf gehen, okay? Also da oben sind die zwei Panzer, gell? Die holen wir uns Pass auf, pass auf, pass auf Wander Ja, keine Ahnung Ich war genau an dem Und auf einmal hat der uns erschossen Wander, du Power Lass mich doch Oh, eine Z11 hätten wir Ich habe hier noch nie geflogen Oh, sorry, ich gehe jetzt in den Heli Weil, äh, in den Jet Weil der gerade frei geworden ist Und hier mit dem Jet zu fliegen macht richtig fun Vor allem, du findest hier so viele Gegner Allein schon an den Bergen Das ist eh so abartig Wenn man nicht gerade abgeschossen wird Was fliegt denn da oben? Okay, ich kann, ich bin grad gegen irgendwas geflogen, ohne es zu merken Oh, Rizio, wo bist du denn mein Freund? Äh, kannst du da nicht einsteigen? Mein Auto geht hier und Sehr viel? Ja, hinten Am Heck Ach, Mann, da Wenn ich jetzt in die wilden Partys Oh, was? Oh, oooo Oh, okay Und ich bin schon rumballer hier die ganze Zeit Oh mein Gott Wilde Farben, ne? Ja, du kannst nicht, wirst du mich mal Autofahren lassen? Nee Okay, gut, weil... Ich will nicht, dass du es rausgenommen hast. Ahaha, wie witzig. Hier rechts ist jetzt gestorben, weil ich hätte gegen dich was gefallen. Ich denke, ich hätte nichts. Guck mal, Alter, wie ich hier die Kurven nehme. In so einem Drift, ne? Ja, so ist einer. Ich habe ihn angefragt. Angefragt. Alter, das ist ja Mario Kart 2. Ja, ich kann Auto fahren. Ich kann fahren, ich kann fahren. Digit. Ja, ja, das Auto backt rum. Viel Spaß zum Sterben. Okay. Stirb, explodier! Was ist mit dem anderen Panzer? Haha, die sind nicht drauf gegangen. Ich weiß. Als ausgespringt, müsste ich gestorben und der Wagen ist weitergerollt. Hahaha. Alter, ich habe mich gerade erstreckt. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Alter, die Gegner haben wir so hauswuch verloren. Ähm. Da fallen halt die Meister noch drauf rein. Schau immer, wenn ein Jet auf dich... Also wenn so ein kleines Fahrzeug auf dich zukommt, ne? Und du hast C4. Leg es C4. Warte und bleib in der Linie stehen. Die fahren immer über das C4 und dann drückst du einfach ab und die sterben. Und die fallen jedes Mal drauf rein. Das ist voll witzig. Weil es ist nicht checken. Die sehen sogar, wie ich C4 liegt, aber das ist denen egal. Die denken, die kommen hier einfach überfahren. Wupp, wupp, wupp. Anruhen. Ist ganz witzig. Ganz witzig die Sache. Das ist alles gut. Ja. Ja. Das ist alles. Ich weiß nicht, soll ich vielleicht... Habe ich hier Umfeldscan drin? Luft? Jo, habe ich. Okay, ich warte mal auf ein Jet für uns. Für mich. Na, den Havok mag ich nicht. So, ich mag nämlich wieder ein Jet haben. Nächstes Mal sollte ich jetzt nicht gleich irgendwo dagegen fliegen. Ja, Alter. Ja, heißt ich, bei der Map kann man, also man, ja, ich finde eher, auf der Map bringt man halt mehr Kills zusammen, wenn man was kann. Ja, also, du gar nicht. Aber ich tat immer aus. Ernsthaft, ich bin, weiß nicht, ich bin gerade schon wieder dagegen geflogen. Gegen den Turm. Ich habe ihn genau gesehen. Du bist ja so ein cooler. Oh, Mann, wie schlecht gerade. Ich fliege. Egal, ich nenne den nächsten nochmal. Wo geht das Geld nochmal? Alter, du bist ja so ein Hengst. Ja, ist doch schön. Ich muss mich gerade verpissen. So geil, ey. Hier kannst du nichts Geld dürfen. Ah, scheiße, hinter mir ist ein Ding. Ich mache hier ganz viel Powerslides. Ich hole ja, und ich hau gerade ab. Rette dich, Anna. Soll dich retten? Nein, ich komme zu dir. Du steigst nur ein und wir fahren weiter. Ja, genau. Können es halt ernsthaft bringen, aber ich will noch kurz den Kilderkarton. Okay, es könnte sogar wahr sein, dass es passiert, ne? Ich bin einfach ausgestiegen. Wo bist du? Bleib stehen da, wo du bist. Ich bin ganz oben in der Luft. Du siehst es jetzt gleich. Pass auf. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Der Junge, Anna, ich sterbe. Ja, dann fahr jetzt da zu dem Paar. Ja, bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Ich komme, ich bin genau neben dir gelandet. Los jetzt, los, los, los. Mein Auto fährt nicht mehr. Doch jetzt. Ah. Fah. Sie kriegen uns nie, Anna. Mender, Mender. Ja, ich... Naja, du kannst echt gut Autofahren, nirgends. Oh, hier. Wie wir hier die Kurve driften, ey. Warten wir, wir sterben, gleich, wie du da fährst. Du machst in jedem... Du machst in jedem... Erstmal. Ja, anstatt, dass er weiterfährt, der Ficker. Ernsthaft. Was ist das, ich erschreckt? Nee. Aber war das... Halt an! Du kleiner Dreck ist auf. Gewonnen! Huuu! Da hab ich dir voll gegeben am Ende. Ja, voll gegeben. Ich hab da mit meinem Penis längs rechgehauen. Habe ich bin dritter? Ahaha! Ja, du bist der Trick-Spul-Zinn. Bündest, dass ich gar nichts gemacht hab. Stimmt halt einfach. Naja, ist doch cool, schau. So, es dürfte nochmal sein, was ich alles bekommen hab. Und wie viele Punkte ich ergattet hab in dieser Runde, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht war fast. Ich war total schlecht, wenn du elf gehörst. Naja, gut. Dann würd ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Multiplayer B3 oder sogar Battlefield 4, weil die Beta kommt ja bald raus. Oder wir sehen uns im nächsten Displays. Das war's dann mit dieser Aufnahme, Battlefield 3 Multiplayer. Wäre noch nett, wenn ihr ein paar werten könntet und sonst war's das von uns. Bis dahin, tschüss! Tschüss!